team weiß bitte ne basti muss man das sagen, aber basti ist stumm hallo und herzlich willkommen zu einem neuen minecraft battle, staffel 8 ist das mittlerweile und wie gehabt stellen wir uns nacheinander vor und wir fangen hier rechts von mir wieder an das heißt dann team blau in dem fall eine wunderschöne guten tag der herr blaze ist auch wieder mit dabei und ich hoffe mal auf ein gutes battle ja ex solo hier gewinner letztes mal auch wieder dabei ja ich bin der mystic und wir gewinnen ja viel zu sehr viel und ich bin der selben meinung zum ersten mal dabei beim battle natürlich es sterben hallo ja chico craft zum erst mal dabei wir machen das ding guten tag euch allen ich bin schon öfter dabei ich wünsche euch allen viel spaß cube sie sind dran ja ich bin der cube und ich wünsche euch allen viel glück und werde leider julia und ex solo von ihrem thron stoßen müssen um mir den titel mit liscario zu holen ja genau und ich bin auch schon länger dabei und ich würde sagen team würfeliger tiger gewinnt ja hier zum zweiten mal dabei diesmal mit basti am start und ja das wird eine verrückte aufnahme stimme weiß bitte ne basti muss ich mal sagen aber basti ist stumpf basti was habe ich gesagt was habe ich gesagt Du musst ihn am Anfang dann schicken. Basti, du musst dich ja vorstellen, wir sind schon in der Vorstellung. Basti, sag mal was. Was? Sag mal, du bist dran. Ernsthaft? Zeit ist abgelaufen. Ich schick dir einfach die Aufnahme. Ich schick dir das, ich schick dir das, Basti. Was? Ja, aber ich nehm eh schon seit die ganze Zeit auf. Okay, gut. Ja, passt. Dann sag ich dir, dann ist alles gut. Ja, also ich bin der, der zu spät kommt. Basti, am Start. Ich finde es gerade extrem witzig. Ja. Und das war's. Okay, dann changen wir jetzt alle die Channel. Ich hab mich schon nicht vorgestellt. Juf, ey. Ich hab nur die Ansage gemacht. Ich bin der, Ross. Ja. Ich bin der, Ross. Ich hab mich auch nicht vorgestellt. Macht nichts. So, wir haben noch eine kleine Regeländerung zum letzten Mal. Wir durften ja, wenn wir geschoben sind, uns zu unseren Items zu rennen und die wieder aufheben. Das dürfen wir zwar jetzt immer noch, sind dann aber wieder automatisch angreifbar. Also sind dann wieder PvP-Gefekt und haben keine Schutzzeit mehr. So, und jetzt gehen wir in unsere Channels. Basti, hast du das verstanden? Hast du das verstanden, Basti? Ich bin nicht doof. Bis später. Viel Spaß. Welchen Channel muss ich? Ah, nee, wir müssen bleiben. Wir bleiben hier, Basti. Wir sind Team 1. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Erste Folge halt bei mir länger. So, und jetzt geht's wirklich los. Ich freu mich. Wir laufen in dieselbe Richtung wieder. Ja. Bist du hinter mir? Ich bin vor dir wahrscheinlich, ne? Nee. Ich bin in den Wald. Ach, dann bist du da. Gut. Gut, komm, komm, komm. So. Wow, fuck, hier ist die Kiste und alles rausholen. Gut, äh, Kartoffeln noch nicht essen, gell? Nee. Die braten wir lieber. So. Einfach so viele Bäume fällen, so wie's geht, äh, jetzt auf die Schnelle. Egal was, wir brauchen nämlich Holz. Ja. Puh. So, komm, äh, die, die reichen jetzt erstmal. Er fällt drei Bäume und dann laufen wir weiter. Wir können ganz hinten noch Bäume fällen, aber, äh, Map weiter erkunden. Komm. Bist du hinter mir? Bist du hinter mir? Nein, bin ich nicht. Ah! Wo bist du? Hier, ich bin in den Wald durchgelaufen. Hier, 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 hier unten. Okay. Komm, 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 komm. Los! Los! Hier lang. Äh, hier könnten wir, ne, gehen wir nicht runter am besten. Nimm das Hühnchen mit. Ich nehm es mit. Ja, okay, nimm es mit. Das sind Kühe. Woo! Und sie dir. Ich lauf hin. Ich lauf hin. Ich bin gleich, oh nein. Da ist Zuckerrohr, da ist Zuckerrohr. Hol dir Zuckerrohr. Ich hol die Kuh, du Zuckerrohr. Wuhu! Es geht schon mal richtig gut los. Oh, die hat kein Leder getroppt, behinderte Kuh. Okay, ich farm noch, äh, Seeds für unter die Erde. Ich farm noch ein bisschen Sand, damit wir das unter der Erde besser anpflanzen können. Komm, 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 komm. Mehr Seeds. Mehr Seeds, mehr Seeds, mehr Seeds. Samen, ich brauch Samen. So. Ähm, warte, nee, Schafe bringen uns gar nichts. Nee. Komm, weiter, weiter, weiter. Oh, fuck, aua. Ah! So. Mehr Brand? Ja, zum Mehr Brand. Da hinten ist noch Zuckerrohr. Ja, ich hol's. Ich hol die Kuh. Da ist noch eine Kuh. Und da ist ein Pferd. Woo! Lachtest, wir brauchen Leder. So, ich hab Leder. Gut. Und vielleicht, da hinten sind noch mehr Kühe. Und das sind Pferde. Ganz viele Pferde. So. Kühe hab ich am Start. Wie lang ist denn Friedensphase nochmal? Halbe Stunde. Okay. Das ist gut, das ist gut. Soll ich das Pferd schlachten? Oder verbunden wir das? Ja, ja, ja. Nee, 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 nee. Einfach schlachten. Lachten? Einfach schlachten. Ah, Mann, Mann, Mann. Da hinten sind noch mehr Kühe. Gut, äh, wollen wir uns hier irgendwo dann runtergraben? Da, da sind noch mehr Kühe. Jawohl, geil. Lass uns noch ein Stückchen weiterlaufen, würde ich sagen. Da ist noch mehr Zuckerrohr. Wir sind ja jetzt nur gerade ausgelaufen. Lass uns noch ein Stückchen weiterlaufen. Äh, ja, wohin weiter? Ich hol mir die Baumkuh. Woohoo! Baumkuh! Ich hol mir noch das Pferd da. Woohoo! Stirb. So, ich hab einen Batzen Leder. Ähm. Okay. Komm, hier langlaufen. Sollen wir uns hier noch Holz mitnehmen? Äh, wir können uns dann... Ah, das sind noch mehr Kühe. Komm, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Und ich nehm so viele Kühe mit, so wie es geht. So. Oh Gott! Ich bin der Cowboy! Yay! Und du mein Cowgirl. Wow! Ähm. Ja. Okay. Ja, ja. Ähm, äh. Weiter in die Richtung, weiter in die Richtung. Weiter in die Richtung. Okay, 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 okay. So. Äh, wollen wir uns bei einem Baum unten drunter buddeln? Äh, durch runterbuddeln? Was brauchen wir noch? Oh, ich hab noch Baums. Ja, komm, lass... Lass uns noch einen Ticken weiterlaufen. Warte, ich hab den genial... Oh, hier, guck mal, hier liegt Erfahrung rum, hier war schon jemand. Ich finde es, äh, nicht gut, wenn wir hier... Komm, lass... Dann lass uns hier, lass uns hier unter Wasser buddeln. Ja, aber ich, ich wette, da hat sich schon irgendwo jemand in der Nähe runtergebuddelt. Nee, nee, die sind weitergelaufen. Warte, 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 warte. Bestimmt. Okay, nimm die Bäume da noch mit. Und wir... Lass uns, lass uns hier, 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 hier beim Baum. Okay, 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 okay. Okay, du machst das, okay? Ja, ich mach das. Äh, und ich platziere... Du musst Wolle platzieren und ich muss Wolle platzieren. Ich geb dir meine Wolle platzieren, du meine Wolle irgendwo. Ja, darfst du. Ah, gut, 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 gut. Dann, äh, überlege ich mir jetzt was. Ich muss mir nur merken, äh, wo, wo genau wir waren. So, ich hab jetzt voll viel Zeug. Okay, äh, das hier zählt noch als Oberfläche. Es ist nicht ganz in der Höhle drin, aber ich platziere sie hier. Ja, ach, fuck, Invalid-Woll-Location. Fick dich. Unter einem Baum bestimmt, ne? Nee, äh, in so einer kleinen Höhle. Warte, geht das hier? Ah, gut, hier geht's, aber... Ja, ist halt offensichtlich. Am Maprand... Die anderen ein bisschen, ein Stückchen weiter weg, wo es nicht so offensichtlich ist. Ja, mach ich in der Map-Mitte so mehr. Okay. Weil in der Mitte gucken weniger Leute nach Wolle. Ähm. So, warte. Hm. Fuck, 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 fuck. Oh. Nee, da hat sich... Hm. Ich müsste was Gescheites finden. Nicht hier unter so vielen Bäumen. Oh, leck. Ey, ich bin so aufgeregt, aber ich hab so voll Bock auf das Battle. Ich freu mich echt, dass ich mit dir im Team bin. Ich mich auch. Äh, oh, hier geht's direkt in der Höhle runter. Interessant, interessant, interessant. Ich bräuchte irgendein cooles Versteck für die andere Wolle. Oh, cool, hier ist noch eine Kuh. Schnapp ich mir gleich. Ah, Kuh! So. Nice. Die Kuh ist... Oh, ich muss gleich niesen. Scheiße. Nimm dich schon mal in Acht. Okay. Gesundheit? Ah. Ah, jetzt muss ich nicht mehr. So, die platziere ich hier in diesem kleinen Waldstückchen. Und zwar da. Okay. Okay, äh, ja gut, man sieht's halt irgendwie trotzdem. Ja, trotzdem. Ist jetzt erstmal egal. Wir haben die Wolle, wir können jetzt unter Tage gehen. Ja, ja, ich versuche jetzt zurückzufinden. Ich hab jetzt, by the way, 14 Leder. Nimm ein bisschen Erde mit, dann kannst du oben schon wieder zumachen. Ja, mach ich dann. Äh, so, zurücklaufen, versuchen dich zu finden. Wie tief bist du schon? Äh, 23. 23. Was? 23 schon? Oh, Mann. Sehr geil. Das finde ich sehr gut. Äh, jetzt muss ich nur dich... Habt eine Höhle gefunden. Hier ist das. Eine Höhle. Oh, das ist sehr nice. Das freut mich. Juhu. Ah. Baum. So. Und gut, und dann geht's gleich... Sehr geil. Das geht ja richtig gut los. Ähm. Warte. Äh, ich schnapp mir... Von da hinten, ne? Erde. Fuck, ich hab übel die Legs. Ja? Ja, das war der Server. Ich auch, ich auch, ich auch. Das war der... Ja, ist wieder okay. Das war der Server. Ups, sorry. Ähm, gut. Dann werde ich das hier... Fuck, es ist dunkel. Jetzt seh ich gar nichts mehr. Und sorry an meinen Zuschauer. Ist jetzt halt so. Müsst ihr damit klarkommen. Es ist zum Wohle der Team... Des Teams ist Zyran. So, ähm, gut. Äh. Alles okay. Gut. Alles okay. Ich hatte schon Angst. Alles okay. Das, das freut mich. Gut. Alles okay. Äh, du hast hier alles im Griff. Mach direkt einen Ofen, ne? Und, äh, ich hab dir hier noch was mitgebracht. Ist das eine Blume? Ja. Oh. Eine Blume. Äh, warte mal. Äh, lass direkt irgendwo, äh, dann das Lager anfangen. Nicht die... Oh, geil. Hier ist, hier ist Lava. Warte, ich hab schon die Idee, die perfekte Idee für ein Lager. Ähm, pass auf. Und zwar werde ich das so machen. So. Und jetzt dann in die Richtung fahren. Hast du oben wieder zugemacht? Jaja, oben ist mit Erde zu. Ein ganzes Stückchen. Ja. Und jetzt, äh, nimm den Ofen mit und dann machen wir Clean Stone. So. Oh Gott. Ich muss ein bisschen hochheilen. Ich war eben auf eineinhalb Herzen. Und jetzt unter der Erde am besten sneaken. Ich will nicht, dass uns irgendjemand unsere Base findet. Ich hab auch Eisen. Ich will ganz durch, bis zum Bedrock jetzt nach da hinten. Bist du das Bedrock? Nee, noch nicht. Wollte ich nicht. Noch kein Bedrock. Äh, doch jetzt bin ich hier beim Bedrock. Ähm. Komm mal runter. Okay, hier ist auch Kohle. Mega viel Kohle. Alles mitnehmen. Das brauchen wir alles. Wir gehen jetzt erst auf Full Iron. Und dann müssen wir die Dias suchen. Ja. Die sind extrem wichtig. Oh Gott. Wo wollen wir unsere Base haben? Hier? Warte, 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 warte. Guck. Ich hab hier nen Gang reingegraben. Den füllen wir immer mit, äh, komm, hier. Den füllen wir immer mit Clean Stone. Und unser Lager machen wir dann hier hinten direkt am Bedrock. Wie gesagt, da ist, ähm. Was? Ja, ich weiß, ich weiß. Ich konnt's nur noch nicht abbauen. Okay, dann mach ich, ne? Deswegen lass hier nen Lager. Dann sind wir von einer Seite geschützt. Okay. Und ja. So. Du hattest Kohle, ne? Ja, ja, Kohle hab ich. Oh fuck, jetzt muss ich wirklich gleich niesen. Ach nein. Einer von uns wird in den Lavasee fallen. Komm bitte her, komm bitte her, komm bitte her und stell den Ofen hier auf. Hier hinten, da hinten einfach ins Eck. Und Sneak. Sneakern. Ja, wie soll ich denn? Ich muss doch erstmal nen Ofen machen. Ach so. Ja, mach nen Ofen! Schnell! Los, 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 los. Oh, dieser Druck, spürst du ihn nicht? Hey Blocker. So, gut. Äh, zack, das hier rein. Sehr schön. Hast du schon einen Eisenachst? Nee, noch nicht. Gut, ähm. Mach noch nen Ofen. Warte, das mach ich jetzt am besten. So, zack. Äh. Ah! Was machst du? Ich will da hinten noch Öfen hinpacken. Und da machen wir ein bisschen, äh, Cleanstone. So, warte. Cola, zack. Ups. So, und dann mach mal hier noch ein bisschen rein. Äh, und... Ich mach mir ne Eisenhacke, ne? Ja, 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 ja. So, gut. Ähm, dann nehm ich... Warte, 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 warte. Wir müssen da... Ja, gut, ich baue da vorne einfach zu dann. Und dann graben wir uns hier ein kleines Labyrinth. Okay? Okay. Ähm. So. Äh, so. Schneller Ofen. Gut, zwei Stück. Das baue ich jetzt da hinten einfach zu. Ah, Mann, ey. Ich bin so aufgeregt, aber ich hab so Bock, gell? So. So, sehr schön. Äh, Fackeln gleich noch machen. Ah, nein, fuck, da sind noch Sachen draußen. Okay, äh, ich mach noch nicht zu. Ah! Fail. So. Äh, wie sieht das aus? Haben wir genug... Was? Was, äh... Erde und sowas? Genug Erde und sowas? Nee. Äh, aber hier... Hier in der Höhle gibt's bestimmt irgendwo dann Erde. Einer von uns wird in die Lava fallen. Ich seh das jetzt schon kommen. Ich nicht. Ja. Ich hab das unter Kontrolle. Der Server laggt. Ich frag mich, warum. Warum der immer laggt. Äh, warte. Gut, dann lassen wir die Höhle da jetzt so gammeln. Jetzt müssen wir dann... Ich mach mir ein paar Fackeln. Ja. Und dann grab ich mir hier hinten... Ähm, Zeug. So. Äh. Fuck it. Ich mach da mal einen Verwirrgang. Ein Verwirrgang? Was ist denn das bitte? Ein Verwirrgang? Dass die denken, wir wären da hingegangen und nicht woanders hin. Das denken die? Bist du dir da sicher? So, ähm... Ich glaub auch hier ist einfach mal rein. Wir brauchen mega viel Eisen. Wie viel Eisen hast du? Ähm, gerade auf Tasche gar nichts mehr. Okay, 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 okay. Gut. Okay, ich hab wieder Cola. Und Sneaken dabei, gell? Nicht vergessen. Ja. Das ist auch wichtig. Ah. Eis. Ich hör Zombies. Auf welcher Ebene sind wir, by the way? Ich bin auf 21. Ich bin aber auch ein Stück höher wie du. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, dass wir auf 11 sind. Da finden wir die Dias. Deswegen werden wir jetzt hier einfach mal das ganze Teil umgraben. Und schön die Level, äh, horten. So. Huh. Nicht pfeifen, ne? Aua, meine Ohren. Sorry. Ah, dieser Schmerz. Oh Gott. Was fällt dir eigentlich ein? Was? Darf man das schon? Anscheinend. Lol. Ein Skelett. Wie. Ja, Pyramide. Die haben eine Pyramide gefunden, scheiße. Alter. Das ist doof. Oh, nice, ich hab Gold. Gold, Gold auch, Farmen für Gold. Einen Äpfel. Ja, ich weiß. Sicher? Ja. So. Du, ich hab letzte Staffel gewonnen mit Ex-Solo. Was hast du dabei gemacht? Uhu. Spaß. Ja, ich war da. Nee, Spaß. Egal, dabei sein ist alles, ne? Meine Zuschauer, die kennen dich noch gar nicht richtig. Du könntest du dich mal vorstellen. Hi. Mein Name ist Julia. Ich bin 21 Jahre alt und ich mache seit letztem Jahr Juli Let's Plays mehr oder weniger erfolgreich. Und das ist aber toll. Meine Zuschauer kennen dich auch noch nicht. Ja, hier, Basti zockt am Apparat und so. Und das ist jetzt meine vierte Battle Staffel. Und ich erhoffe mir dann natürlich ziemlich viel in Begleitung mit dieser wundervollen Dame. WAH! Okay, erste Folge vorbei. Bis zum nächsten Mal.